Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist eine rechte Bode Oh, Marc! Das Resultat hier. Das ist alles, was es dann auch ist. Ja, Steilbank kommt. Ja, wo? Das ist die Garnetal. Ja, ich bin dran, das ist schwer los. Ja, ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ja, ich bin dran. Oh, ich bin dran. Ja, ich bin dran. «Hilf, der hilft, der hilft!» Das ist der Arsch. Einmal! Ja? Ja, ich bin einer. Gibt es eine Promotion? Nein. Die erste Stechenklasse. Die Hinrunde ist immer die erste Stechenklasse. Die Rückrunde ist die Promotion. Ja, wir wollen die qualifizieren. Das ist schon 50-50. Das ist eine Gruppe. Er lernt das Feld. Der Wiener. Der Wiener. Und wer ist der Wiener? Der Wiener. 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 Hallo Jungs! Hallo Münziger! Hallo Münziger! Hallo Münziger! Wolle, wolle! Trophies! 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 Komm, 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 komm Das ist ein Wettbewerb. Das ist so. Hingen Sie etwa 3 für 1. Und noch 2. Und noch 3. Ja. Und noch 1 für 1. Und noch 3 für 1. Ja. Wenn du auf den Film kommen und denkst, hörst du! Wir sind heute Morgen! Oder wenn du nebenhin... Oder er sagt, wenn man einen Einwurf direkt. So komm! Du siehst nicht, du siehst es. Sonti, komm ich mit! Wiener Gondi! Wiener Gondi! Komm, komm mit, komm mit! Vielen Dank. Vielen Dank.